Willkommen bei der Kanal 3 Airlines auf unserem Flug durch den Trofeiacher Faschingsumzug. Ich darf Sie im Namen unseres gesamten Teams herzlich begrüßen auf unserer wunderbaren, wunderbunden Reise. Es werden einige Turbulenzen erwartet, also schnallen Sie sich an und stellen Sie die Sitze in waagrechte Position. Jetzt einen guten Flug und viel Spaß. Heute ist so ein schöner Tag. Was macht denn eine echte Schnapstrosel aus? Dass er genug Schnaps verdrägt. Und hat er auch einen dabei jetzt für den Faschingsumzug? Leider alles ausgegeben oder schon verdaut, halb verdaut. Warum seid ihr begnadigt? Vor ihr? Schau mal rein da hinten und dann verstehst du das warum. Oh, Leiderlehr. Wir holen uns wie unsere Verbrecher in höherer Position. Wer seid ihr? Wir sind normalerweise sechs Bären, aber drei haben wir jetzt irgendwie verloren. Ja, dann wünschen wir euch noch viel Spaß, ihr drei sechs Bären. Dankeschön. Warum ist euch das so wichtig, dass ihr das gemeinsam mit der Bevölkerung feiert? Ja, der Fasching in Trafeich hat schon Tradition. Ich habe Filme gesehen, ich habe Aufnahmen gesehen, wo die Züge aus Graz gekommen sind. Und eigentlich seit dieser Zeit lebt der Fasching in Trafeich. Und das ist eine tolle Geschichte, weil wir sehr viele Firmen in der Zwischenzeit wieder haben, die was mitmachen. Die Geschäfte haben zugesperrt. Das war für Jahre nicht so. Und jetzt dann ist es so, man braucht ja nur schauen, wie viele Leute auf der Straße stehen. Das ist wirklich ein Highlight in Trafeich und das ist eine tolle Geschichte. Wie lange trainiert man für diesen Wahnsinns-Body? Das ist Natur. Alles Natur. Und? Meine Mama ist die Anabolika. Und warum eine rote Nase? Ja, wir haben wieder Super-Rendiere. Ihr seid die Super-Rendiere, das heißt du hast noch mehr mit? Ja, siehre, meine Kampagne, da ist der Nächste und da hinten versteckt sich einer. Wo ist denn die Gerte? Hallo Gerte! Ein Wahnsinn, unsere Flugreise beinhaltet Schweinderl, beinhaltet beratende Hexen, aber ich glaube, da geht noch vieles mehr. Halten Sie sich fest! Ich hasse die Schlümpfe! Warum hasst du die Schlümpfe so sehr? Ich hasse Schlümpfe, sie verleihen mir Macht! Wo ist denn die Gerte? Hallo Gerte! Ich habe jetzt das Schweinchen der Stadtgemeinde Trofeiach gefunden. Wie geht's Ihnen? Ja, richtig schweinisch heute. Fast in Instagram in Trofeiach ist die Hölle los und das ist hervorragend. Das freut mich besonders. Warum haben Sie sich denn ausgeredet für ein Kostüm des Schweinchens? Ja, warum haben Sie das ausgewählt? Wir haben diskutiert bei uns in der Nachbarschaft, dass wir uns kommen und dann haben wir uns gesagt, das ist ja natürlich Schwein. Ja, natürlich einmal ein Schwein. Das war ein super Thema und das haben wir heute dann ausgesucht. Und ich habe ja schon vorher gefragt, das ist ja noch ganz ein schönes, sauberes Schweinchen. Wird heute noch ein bisschen in der Suhle gewälzt? Natürlich, der Vorstelldienstag fängt jetzt erst an nach dem Umzug bei uns in Trofeiach und es wird noch ziemlich speckig werden, würde ich sagen. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Was bist du denn heute verkleidet? Als Pirat. Und warum? Weil ich es cool finde. Wie heißt es so schnell? Ich weiß es nicht mehr. Es heißt... Was bist du heute verkleidert? Also ich bin heute eine Indianerin verkleidet. Warum gerade eine Indianerin? Weil ich heute Indianer habe genug. So, weißt du jetzt schon, was für ein Kostüm du hast? Lady Night. Super, danke schön. Ihr seid eine Superheldenfamilie, ist das richtig? Ja. Wer seid ihr genau? Ja, normale Superhelden. Keine besonderen Superhelden. Aber ich glaube, ihr wartet den Kinderfasching in Geyer auch vertreten. Kann das sein? Also ich glaube, der Vater nicht, aber die Tochter und die Mutter. Ja, Kim. Jetzt muss ich gleich mal fragen, was bist denn du für eine Superheldin? Äh, Superbing. Und was kannst du Besonderes? Kannst du fliegen oder zaubern? Alle Zauberkräfte, der ich mir wünsche. Wir sind somit jetzt am Ziel angekommen. Wir sagen Dankeschön, dass Sie mit unserer Airline mitgeflogen sind, mit der Kanal 3 Airline. Und hoffentlich schalten Sie wieder ein bei unserer nächsten Reise durch die kunderbunde Welt der Region. Wer hat die Gerte immer gesehen? Du bist die Gerte! Wer hat die Gerte! Untertitelung des ZDF für funk, 2017